So, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Das wird wahrscheinlich alle freuen, außer den Main Frankfurt. Aber, bevor wirklich wir gar nichts mehr machen, machen wir halt doch noch was, weil es ja trotzdem irgendwann sicherlich mal wieder funktioniert, dass es YouTube auf die Reihe kriegt, ihr System so abzuändern, dass es einfach unschuldige Bürger nicht einfach von YouTube entfernt, sondern einfach dastehen lässt. Ich gehe mal davon aus, in den letzten Gewinnspielen oder so gab es ja immer das Problem, dass Kommentare verschwunden sind. Wir haben das sogar mal live getestet in einem Stream. Da haben wir gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Schreibt jetzt mal einen Kommentar einer dahin. Er hat einen Kommentar hingeschrieben, wir konnten den sehen und fünf Minuten später war der einfach nicht mehr da. Andere haben gesagt, jo, ich habe jetzt auch kommentiert, ist nicht aufgetaucht bei Kommentaren. Ich habe mir in den Einstellungen eingestellt, dass alle Kommentare zugelassen werden. Ich muss die vorher nicht genehmigen. Wenn einer kommentiert, dann stehen die da, im Normalfall. Wir hatten letztens wegen den ganzen komischen Bots eingestellt, dass man keine Links senden darf. Mittlerweile ist das auch wieder ausgestellt. Wir haben uns darauf beschränkt, dass man einfach dieses OMG angibt in den Sperrwörtern. Wenn jemand also OMG reinschreibt, dass derjenige, also nicht gesperrt wird, aber in der Überprüfung landet. Jetzt haben wir ein paar sich einen Spaß daraus gemacht. Das sollte gegen diese OMG, exactly what I needed, Kommentare gehen, die immer von diesen Spam-Pornobots gesendet wurden. Und seitdem gibt es sie nicht mehr. Die gab es nicht mehr. Ich gehe jetzt wirklich fest davon aus, dass YouTube eben, weil das ganze YouTube überfüllt wurde von diesen komischen Bots, irgendwas geändert hat, wie Niantic auch immer wieder was ändert und plötzlich Leute gesperrt werden, die unschuldig sind, die Red Warnings bekommen oder die sich einfach nicht mehr anmelden können, weil Niantic sagt, wir haben das so ein System, ne, das prüft dann, wer hier schummelt und wer nicht. Und die werden dann gesperrt und plötzlich wird ein Spieletrend gesperrt, der was? Ich werde gesperrt und dann, ja, da ist der Aufschrei natürlich groß. Da sieht man, dass das System nicht wirklich funktioniert. Und das gleiche Problem sehe ich hier, dass YouTube wohl jetzt irgendwas geändert hat gegen diese ganzen betrügerischen Spam-Bots, dass automatisch das System diese Kommentare rausnimmt, rauslöscht. Und leider betrifft es auch Leute, die einfach nur ganz normalen YouTube-Videos kommentieren. Ich habe das mittlerweile auch gemerkt. Ich habe mir letztens mal ein Video angeguckt, dachte, hä, kennst du das nicht schon? Hä, du hast es geliked, aber es steht kein Kommentar drunter, obwohl ich mir sicher war, dass ich das schon mal kommentiert habe. Mein Kommentar hat gefehlt. Bei den Gewinnspiel-Videos gerade momentan, viele kommentieren und die Kommentare sind einfach nicht mehr da. Ihr seht das, wenn oben steht, angeblich hat das Video 50 Kommentare. Und wenn du die Kommentare dir wirklich anguckst, stehen dann nur 20, höchstens 30. Der Rest fehlt, ist einfach weg. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, als ich da hingegangen bin auf YouTube und habe gesehen, ach, mein Video hat drei Kommentare, da habe ich mich gefreut, wollte mir die drei Kommentare durchlesen und da war einfach gar keiner. Jetzt dachte ich, gut, vielleicht waren das wieder hier so Pornokommentare und die Mods haben das entfernt, aber nein, wie wir auch getestet haben, sobald ein Mod irgendeinen Kommentar auf dem Kanal entfernt, landet der trotzdem nochmal im Gelöscht-Ordner bei mir, dass ich den Kommentar trotzdem nachträglich sehen kann und auch dabei steht, wer den gelöscht hat. Aber da war ja auch nichts. Also es muss YouTube selber plötzlich alles gelöscht haben. Auch die Seite, die wir nehmen zum Auslosen, die funktioniert ja, die nimmt ja alle Kommentare, die unter dem Video stehen und packt die in die Lostrommel. Problem ist, dass YouTube halt einfach nicht alle Kommentare stehen lässt. YouTube löscht einfach eure Kommentare. Wir haben jetzt letztens auch gegoogelt danach, wir haben uns darüber schlau gemacht zusammen, auch im Stream, haben ein Video gesehen, wo auch einer das sagt. Er hat Benachrichtigungen oben bekommen, der das kommentiert, drückt auf diese Benachrichtigungen und plötzlich, dieser Kommentar ist nicht mehr vorhanden. Man denkt so, warum löscht der denn seinen Kommentar wieder? Hat er nicht. YouTube löscht einfach diese Kommentare. Deswegen müssen wir es heute ein bisschen anders machen, aber bevor wir dazu kommen, jetzt habe ich nämlich so lange geredet, dass die meisten schon gar nicht mehr da sind. Was besser für die ist, die noch da sind, die dann mitmachen wollen und es vielleicht diesmal dann klappt. Und zwar heute, 18 Uhr, ist ja wieder Raids für Zuschauer. Wir haben da gestern im Community-Tab eine Umfrage gestartet. Dienstag, 18 Uhr, Raids für Zuschauer. Worauf habt ihr Bock? Shiny Radikal mit Partyhut, wer das noch braucht. Shiny Gänger mit Partyhut. Machomai, was nicht shiny sein kann, keinen Partyhut auf hat. Eigentlich ein C-Day-Pokémon ist, wo jeder genügend Bonbons eigentlich haben müsste, aber neue Spieler wahrscheinlich immer wieder neu interessant. Shiny Nidorino ist das dann, glaube ich, mit Partyhut. Er hat das ja wieder geschrieben. Und Shiny Wien genau mit Partyhut. Jetzt habt ihr hier zwei stehen, die deutlich herausstechen, bei momentan 138 Stimmen. Ihr könnt immer noch abstimmen bis 18 Uhr. Machomai und Gänger. Ich denke mal, ich würde dann sowieso sagen, okay, dann poste ich halt Machomai-Rates ab 18 Uhr, wer da dabei sein möchte. Und wenn ich einen zweiten Co-Hoster habe, kann der ja Shiny Gänger mit Partyhut übernehmen. So könnt ihr im Stream aussuchen. Stellt ihr euch dafür an oder dafür? Oder macht ihr beides abwechselnd? Oder macht ihr nur eins oder wie auch immer? Und wir würden das nochmal dann anbieten. Ich bin auch am überlegen, wenn Aero-Daktyl, also Mega-Aero-Daktyl reinkommt am Freitag ab 10 Uhr, dass wir am Freitag auch einen Stream machen. Abends vielleicht, wenn das passt. Eine Stunde zumindest, um das Pokémon, was dann neu drin ist, zu begrüßen, sage ich mal. Weil wenn wir jetzt eine Woche dann noch warten bis zum Donnerstag dann darauf und das ist schon eine Woche drin, dann weiß ich nicht. Dann hat das auch wieder keiner auf dem Schirm. Gerade am Anfang, wenn was neu ist, haben die Leute ja Bock, wollen was machen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Gewinnspiel. Denn das Neujahrsevent läuft ja noch ein bisschen. Nicht mehr so lange. Wir sind jetzt hier bei... Hier, 6 Stunden, 52 Minuten, also heute Abend ist das Ding dann aus. Um 20 Uhr endet das Neujahrsevent. Die Boni hier enden auch mit der Schlüpfdistanz, den Schlüpfbonbons, dem Schlüpfstaub. Die Raid-Bausse ändern sich natürlich wieder. Alles Mögliche. Und deshalb dachte ich, wir können vielleicht ein paar Event-Shinies verlosen. Muss ich mal gucken, wo ich das hier habe. Das habe ich hier beim Gewinnspiel-Tag. Genau. So, wie machen wir das jetzt? Ihr wisst natürlich, wie immer, ihr müsst einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Achtet wirklich drauf, dass ihr nur, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen möchtet, dass ihr einen einzigen Kommentar unter dieses Video schreibt. Wenn ihr was zu der ersten Situation sagen wollt, schreibt das halt hin. Aber macht die Sachen fürs Gewinnspiel in den gleichen Kommentar auch noch mit rein. Da ich jetzt davon ausgehe, oder da wir vielleicht überprüfen können, liegt das jetzt vielleicht am Trainer-Code, dass YouTube dann denkt, wenn der Trainer-Code im Kommentar steht, das ist irgendeine böse Zahl, das ist irgendeine Handynummer, das ist irgendeine Adresse, sonst wie. verzichten wir drauf, dass ihr den Trainer-Code angeben müsst. Wir verzichten auch auf den Hashtag, also das Hashtag-Symbol. Ihr schreibt aber die normalen Hashtags, die es eigentlich geben würde, trotzdem bei euch in die Nachricht mit rein. Ihr macht aber kein Hashtag-Symbol dazu, damit der Kommentar also keine Hashtags hat und keine Zahlen und eigentlich nur aus Text besteht und diversen Angaben. Ihr habt also ab heute Zeit, sobald das Video online ist, könnt ihr kommentieren. Das Ganze läuft bis Montag. Da machen wir nämlich dann wieder Montag 20 Uhr den Chill mit Ramses Livestream. Ihr wisst, der fängt um 20 Uhr immer an. Und Montag 21 Uhr ist dann immer die Verlosung beim Chill mit Ramses Livestream. Können wir hier auch nochmal zeigen. Raupi! Genau. Ihr macht einen Kommentar unter dieses Video und ihr gebt halt in eurem Text, im Kommentarfeld an, euren Trainernamen. Stellt euch vor, da steht jetzt einfach Trainername. Wenn ihr euren Trainer-Code schon nicht angeben müsst, dann gebt wenigstens euren Trainernamen an, dass ihr zum Beispiel reinschreibt, Hallo, ich bin Ramses der Dicke. Ich fand das Event eher ruhig und gemütlich. Es gab nicht viel Neues für mich, daher hatte ich mal ein bisschen weniger zu tun. Aber mir fehlt trotzdem noch das Shiny Crypto Mewtwo mit Partyhut. Und dann weiß ich genau, aha, ihr habt eine Angabe gemacht hier mit eurem Trainernamen. Ihr habt einen Infotext geschrieben dazu, wie ihr das Event so fandet. Könnt ihr ja Feedback da lassen. Und ihr habt natürlich sozusagen den Hashtag hinterlassen, ohne einen Hashtag draus zu machen. Denn die Angabe, welches Pokémon ihr gewinnen wollt, oder welches ihr noch braucht, ist dann die entscheidende, wofür ihr da reingezogen werdet. Und so, 21 Uhr lassen wir hier stehen. Wisst ihr, wird das ausgelost. Und wir haben verschiedene Preise. Wir haben zum Beispiel wieder das Pikachu am Start. Und achtet wieder, dass ihr genau diesen Hashtag hier nehmt und reinschreibt, ohne ein Hashtag zu machen. Also, schreibt halt dann rein. Ich bin der Klaus Dieder. Das Event war das Beste, was es je gab. Ich würde mich über das Bier Katschuh freuen. Dann habt ihr ja sozusagen diese Angabe gemacht, aber einfach in den normalen Satz reingeschrieben, ohne den Hashtag. Ihr habt euren Trainernamen gesagt. Und achtet bitte auf die Schreibweise, wirklich genau so, wie es hier steht. Schreibt ihr das. Das ist bei den anderen zwei dann genauso. Es gibt erst mal drei. Sage und schreibe drei Pikachu zu gewinnen. Ich fand das sonst ein bisschen mickrig, weil das Ding war ja schon mal da und viele haben das vielleicht schon, aber ich werde erst die Pikachu weggeben. Alle drei. Wenn ich alle drei Pikachu weggegeben habe, für die, die die brauchen, geht es dann weiter mit hier. Dem Freundchen, das seht ihr ja den nächsten sozusagen Hashtag, den ihr da eingeben müsst, wenn ihr sagt, dass euch das fehlt und ihr das gewinnen wollt, dann schreibt das in euren Text. Ihr könnt auch mehrere, wie gesagt, ihr braucht nicht nur euch auf eins spezialisieren, ihr könnt auch hinschreiben, dass ihr alle drei braucht, aber müsst alle drei Namen angeben von den Viechern. Ich würde mich über das Bier Katschu und das Wambel freuen. Ja, das steht dann so da und dann weiß ich genau, aha, passt, dann haben die das andere vielleicht schon. Also, der Kollege ist ja auch dabei und freut sich über einen neuen Besitzer und was dann wohl an sich das Highlight wäre, wäre zum Schluss dieser Kollege, das Hut-Hut-Hut, also das Hut-Hut mit Hut, was gut tut, mit Partyhut, ein Hut-Hut-Hut, der ja jetzt neu war und der ich finde, eigentlich richtig cool aussieht, mit Pixar. Wenn ihr den braucht, schreibt halt diesen Hashtag in den Kommentar. Trainername, Infotext und die Angabe der Pokémon, die ihr braucht, gewinnen möchtet, hin und her. Schreibt halt dazu, was ihr so, was ihr schon bekommen habt oder was nicht und dann, boah, sehen wir uns wahrscheinlich dann am Montag bei Chill mit Ramses für dieses Thema wieder und mal gucken, ob diesmal das besser läuft, wenn kein Trainer-Code dabei steht und wenn kein Hashtag dabei steht und wenn es funktioniert, dann führen wir den Hashtag an sich wieder ein ohne Trainer-Code und gucken, ob es dann auch geht und wenn nicht, dann keine Ahnung. Dann führen wir den Trainer-Code ein und den Hashtag nicht und an irgendwas muss es ja auf jeden Fall liegen, was YouTube verstellt hat, sodass es einfach Kommentare löscht. Ansonsten war es das jetzt von weiterer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses bzw. halt bis heute 18 Uhr. Wenn ihr dabei sein wollt, bisschen labern, quatschen, rasseln und heute Abend vielleicht wieder scheinige Ratiner-Hand in leuchtende Perle. So, ciao.